Finken, Geld, Drogen, Nutten und meine fetten Stahls, Alter! Lieder bereit, Alter! Finken, Geld, Drogen, Nutten und meine fetten Stahls, Alter! Lieder bereit, Alter! Finken, Geld, Drogen, Nutten und meine fetten Stahls, Alter! Lieder bereit, Alter! Finken, Geld, Drogen, Nutten und meine fetten Stahls, Alter! Lieder bereit, Alter! Finken, Geld, Drogen, Nutten! Alter! Finken, Geld, Drogen, Nutten! Alter! Wir können den Kuruma holen, die können uns ja trotzdem nicht abballern. Wir müssen nur den Wachmann im Führerhaus dann abballern. Ja. Ihr seid übrigens eingeladen. Virus hat's schon... Virus hat das schon begriffen. Ich hätte eben bei einer aus Versehen falschen Gefängnisausbruch gewählt. Das wäre übel gewesen. Da war nämlich... Das wäre scheiße. Aber du kriegst dann ja erst so diese Meldung hier so. Ja, ja, wegen abbrechen. Naja. Oh, Mann. Also, schwer. First Person. Ne. Also, Sargent West muss aus der Reihe tanzen, ne? 66, 55, 44... Ja, echt jetzt mal. Oh, Phil, ich hasse die Mission. Aber wenn das klappt mit dem Kuruma... Wäre geil. Das geil ist, der, äh... Yoshi da steigt auch ein. Sprich, wir müssen gar keine Karre dann mehr klauen. Wie, der, 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 äh... Hannes Bender für Arme? Genau. Der Heisenberg. Also, wer von euch will was machen? Wer ist Prisoner? Wer ist Prisoner Officer? Ich geb mir mal Wärter. Okay. Ach komm, warum du denn? Ich hab doch mehr Waffen. Hm. Wenn ich keine... Bulub... 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 Gewehr-Dingsbums... So, möchtest du lieber, äh... Fliegen oder demolischen? Das ist mir wirklich völlig gleich. Wie meinst du nichts? Ja, möchtest du Heli oder möchtest du Flugzeug? Helikopter! Letztes Mal. Eigentlich musst du mir denken, du kannst im Auto eh deine... Urlaub ziehen. Ja, das stimmt. Ah ja. Bekackte 15% für den Scheiß hier. Wir müssen echt wieder diskutieren. Pfff! Musst er... Musst er den Strip-Club dann Schervenger springen lassen? Ja, ich denk dann auch. Dann zahlt Fabi im Strip-Club. Kuruma gepanzert, bereit zum Spielen. Ey, eine bekackte Pistole. Ich raste aus. Hast du denn genug, äh... Munition und Waffen, dass du mir was hinlegen kannst? Jaja, klar. Okay. Ich glaubte halt an der MG, weil die ganze Zeit der Karo benutzen. Jaja, genau. Und ordentlich Munition, bitte. Ja. Fangen wir mit rein? Ich muss jetzt eh nur zum E-D-Driven. Achso, hm. Schussfahren. Hmhm. Der Punkt ist schon gelegt. Oh Mann, meine Figur ist Linkshänder, seh ich grade. Den bräuchte ich. Fette Leute. Hm. Oh Mann. Machen wir das dann zeitgleich, also wenn ich mit dem Bus... Nee, du fährst dann mit dem Bus... Nee. Ich muss jetzt zum Bus. Warum musst du zum Bus? Nee, 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 anders. Nee, nee, nee. Nee, er muss, er muss... Muss ja nur abliefern. Er muss auch zu einem Bus, aber davon braucht ihr euch nicht stören lassen. Achso. Wir machen das so, ich werd gleich den Bus fahren, du fährst mit meinem Kuruma hinterher. Mhm. Und lässt ihn dann vorm Tor stehen und dann springst du in den Bus rein, dass wir erstmal in den Knast reinkommen. Ich hab ja nur einen Ablenkungsbus, glaub ich, ne? Naja, genau. Und holen wir den Kuruma dann nach den ersten Wachen, oder was? Genau, wir ballern die ersten Wachen ab, dann laufen wir zu dem Schrankenhäuschen, ballern den Typ ab und holen uns den Kuruma. Okay. Können wir danach dann die Stranke selber öffnen, oder was? Ja. Ah. Und selbst wenn sie das gepatcht haben sollten, dann wird es halt so nicht fail. Boah, der fährt endlich um die Sau. Und selbst wenn es failed, einmal haben wir sowieso schon gefehlt, dann drücken wir auf Free Mode und machen nochmal hier die Missile. Also falls das daran auch fehlschlagen sollte, dann haben wir jetzt eh schon die Arschkarte. Eben. Aber das ist ja das, was ich sagte, da fehlt der Indikator. Ja, ja, eben. Alter, warum müssen der Gefängnispuss jetzt so gemein, der überholt mich einfach. Kannst mal sehen, du. Na, und dann, jetzt, ja, kriegt der mal... Der hat bei Shell getankt. Boah. Alter, fetzt der weg. Was mich gerade interessiert ist, warum klauen wir das rote Auto, aber wir haben in der Vorbereitung kein Heli geklaut, oder? Ja, ja. Also wir haben kein Heli geklaut, wir haben das Flugzeug, wir haben den Gefängnispuss und wir haben ein rotes Auto. Virus, du darfst gar nicht mit dem Heli fliegen, du musst mit dem roten Auto... Unrealistisch, ey. Wobei, ne, den Heli, den klaut er gleich auch noch. Ja, den muss ich ja dann am Flughafen da klauen. Den muss er jetzt erst noch klauen. Na, hab ihn erwischt. So, dann steig ich mal vorne ein. Braucht der lang, bis der den Bus gestartet hat, ey. Mach'n aber noch an. Der Busfahrer ist schon alleine weitergefahren. Ja, muss hinter mir bleiben, weil sonst sind die alarmiert. Okay, Leute, wir fallen jetzt aufs Gefängnis zu. Also wenn's jetzt schief geht, freut euch. Ja, wäre dann jetzt eher egal. So, weil wir ja eh schon einmal Dings gemacht haben. Muss ich direkt hinter dir bleiben, ja? Ja. Bist direkt vorne dran an die Schranke, oder was? Moment. Lieber noch mal nachschauen. Ja, wir haben noch Zeit, alles gut. 4 Minuten. Okay, wenn du den Ruma bei dem Schild da vorne, oder was hier rechts steht, abstellst, dann reicht das schon. Ah, bei dem 25 kmh Schild, dann warte da auch noch. Genau, ja. Direkt vor das Schild? Ja, so hinter mich einfach jetzt. Okay, bin drin. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Der hat ja nicht drauf gemacht, ja. Fuck. Wie weit bist du mit dem Bus? Ich? Ja. Jetzt am Flugplatz. Und parke ihn in 30 Sekunden. Alles klar. Und zerstörst ihn, oder? Ja. 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 Jetzt parke ich ihn. Sei aus. Okay. Okay, soweit seid ihr also schon. Ja. So, die hast du irgendwie gehabt. Jo. Wir fangen hier vorne wieder an, ne? Ja. Habt ihr den Kuruma? Noch nicht. Wir, wir, werden wir gleich schön. Wir sind jetzt im Gefängnis drinnen. Okay. Der steht da hinten auf jeden Fall noch. Den. So. Merk dir nur bitte jetzt gleich in deinem Heli. Hm, ich fahr grad hin. Schieße nie ab. Ja, okay. Geh erstmal da rein. Ganz irgendwo. Boah. Warte. Hier der über uns noch, ne? Der, der ist schon tot. Warte, ich droppe dir erstmal Waffe. Ja, bitte. Ich geb dir mal die MP. Du hast noch Y, ne? Ja. Ja, und B für, für Muni. Okay. Wo ist er denn? Da ist er. Ne, ne, ich schieße den Jet nicht ab. Ich schieße den Jet nicht ab. Warte. Was gehört? Verrückt, ihr Penner. Bist du reich. 270 Schuss nur. Mach nochmal. Hey. Warte, da ist noch was. 510, alles klar, Digga. Okay. Okay, also wie gesagt, äh, ich flieg hier die ganze Zeit in meinem Jet her. Schieß den nicht ab, okay? Okay. Weil, äh, das ist einfacher, uns einfach hier die ganze Zeit so hinter diesem Jet her zu fliegen, als dass wir... Was sind da vorne die zwei in dem Häuschen drinnen aufpassen? Dass wir die ganze Zeit halt uns ein neues Ziel suchen. Mhm. So, dann machen derzeit irgendwas anderes, keine Ahnung. Flieg nur nicht übers Gefängnis, weil dann stirbst du. Ja. Ja. Der lebt noch. Ist tot. Gut. Ah, sehr geil, Digga. Sehr geil. Funktioniert das? Äh, muss ich drinnen bleiben? Ne, 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 kannst du mitkommen. Bist du sicher? Nein, es geht wieder zu. Ich bleib drinnen. Okay. Das geht zu, wenn ich rausgehe. Was geht zu? Ne, das Tor hier. Ja, das geht ja wieder auf. Das ist egal, bleib einfach, bleib einfach kurz drin, wenn du da überleben kannst. Ja, wenn du da überleben kannst, bleib kurz drin. Wie geil ist das denn? So ne bekackte Idee erstmal zu kommen. Mhm. Hup. So, auf geht's Phil. So, jetzt sind die hier. Von der Mauer. Ah, da brauchen wir ja Speed. Ach so, und dann da rüber, ja? Mhm. Ah, das ist scheiße in Evo, ey. Ja, wir sind drüben. Ja, muss nur noch drehen. So, wir sind jetzt lang gefahren. Einmal hier rum. Irgendwo hier ging's rein. Jo, hier sind wir schon unten. Kommen wir hier durch? Können wir den kaputt fahren? Ne, da müssen wir noch eins rum. Okay. Alter, ist das geil. Ich feier dich grad so. Hier wahrscheinlich. Nee. Ja, wir haben noch kurz Zeit. Ich guck nochmal. Ja, wir können uns aber auch bücken, ne? Ja. Wenn die Scheiben im Arsch sind. Wie ist er da denn hingekommen? Ah, okay. Ich weiß, wo er reinfährt. Sind wir falsch rein gefahren? Ja, müssen noch weiter außenrum zu den Tassern hinten. Kannst du dich zum spontanen Rennen einladen? und die hier ah ja hier ist der Bus alles klar und jetzt holen wir direkte Typen ab oder was du musst jetzt gleich kurz aussteigen aber erst ballern wir halt die Leute dann weg noch sind keine Leute zu sehen ok ich schaue grad mal wann die kommen wahrscheinlich haben wir die nicht getriggert weil keiner ausgestiegen ist Dann dreh mal. Steige ich direkt an ihm aus. Und du behältst das Auto, auch wenn ich jetzt hier aussteige, oder was? Das wäre jetzt meine... Ah, nee, 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 warte, warte. Ich muss dich hier kurz vorfahren. Du musst... Du musst den da leider dann triggern. An dem gelben Punkt. Ich muss so kurz raus. Ich muss raus. Also ich muss da hoch erstmal, ja? Ja, weißt du, da die Leiter, wo dieses gelbe Symbol ist. Ja, aber kommen da nicht die ganzen Gegner? Kommen schon, aber ich halte die hier unten möglichst vom Arsch. Und ich kann den ja triggern, sobald er gespawnt ist. Ich bin jetzt pass ein bisschen auf deinen Arsch auf. So viel für das. Die Fassilität ist auf alert. Du gehst für Ryszkowski. Geh westen über die Wegweite, um eine lefte auf dem Fork. Jo. Ja, ja, ja. So, dann bist du schon. Nee, ich... Hä, warum bin ich denn da? Näh, ich hab's getriggert. Also hast du mich grad zurückgezogen. Das ist sehr cool. Okay, und jetzt schnell in dein Auto, ja? Und er kommt mit rein. Ja, für Schanz dich jetzt glaub ich erstmal, aber er kommt dann weiter mit rein. Ich komme, ich komme, ich komme. Ja, ich bin drin. Perfekt. Ich stelle dich so hin, dass wir so sehen können. Können die halt auch einfach umfahren. Ja, denk dran, nicht zu weit weg von ihm. Jo. Warte. Okay, den hab ich. In seinen scheiß Topf. Ja, den einen hier seh ich nicht, dass die Säule im Weg... Oh, noch ein Stück zurück. Warte, ich hab den einen grad im Visier. Stopp. Oh. So weit, so weit. Ich hab nur ne... ...nur ne Stahlwand. Von rechts kriegen wir gerade derben Beschuss. Ja. Jetzt von links. Wie viel Energie hast du noch? Ich hab noch voll. Ich wurde einmal getroffen, aber nur Schutzweste. Ich seh nichts, Digga. Ah, hier. Hier, da vorne soll ich vorne neben ihm um. Zurück. Ja, der kommt noch nicht. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Stick zurück. Danke, danke. Jo, der ist weg. Warte, der auch. Da hinten ist da noch einer. Wo schießt denn der? Ich seh ihn nicht mehr. Ah, einer steht da noch auf dem Turm oben. Ja, aber die Säule... Warte mal, ich fahr mal dahinter. Ah, da ist er. Ja, ja, den seh ich jetzt. Wenn er sich nochmal zeigt. Jo, Kopfschuss. Und einer ist da oben am Kott. Da oben ist halt ein bisschen schwierig jetzt, ne? Ja, dann fahr hinter so'n Kästchen und hol ihn mit der Sniper. Ja, ich hol den kurz noch der Sniper, genau. Ich bin jetzt Fahrer, das wollte ich gar nicht. Ja, ich steige ab. Ja, wenn du ihn hast, steige ich aus. Alter, wie oft der wieder aufsteht. Okay, ich steige aus. Der steigt immer auf, ey. Was rein mit dir? Okay, jetzt ein Stück nach vorne. Können wir da auch durch, wo die ganzen Schuhe wursen? Ja, kommen wir durch. Warte, 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 müssen wir mit ihm hier reden? Ne, ne, müssen wir noch nicht. Okay, dann warten wir jetzt erstmal auf die zwei, die kommen, ne? Ja. Ist das geil. Aber erklär mir bitte mal, wie kommt man auf diese Idee? Ja, eigentlich ist es gar nicht so. Muss ja nur ausprobieren, wie du ins Gefängnis reinkommst, wenn du es noch nicht weißt. Hat schon einen Header gehabt, ist schon tot. Ja, wir sollten vielleicht ein Stück weiter, oder? Mhm. Frage ist nur, wie weit dürfen wir wegen diesem... Wichser. Warte, ich stelle dich mal in Ballerrichtung. Ja, aber da kann ich nicht zu dem nach oben, aber ich kann auf den Tank schießen. Das bringt mir schon mal ein bisschen was. Jo, das hat ihn schon mal weggefistet. Okay, er kommt mit. Dann können wir gleich da durchfahren. Okay, der ist im Sack. Ich kümmer mich eben um den da oben. Jo. Ich steig kurz aus. Oh, jetzt bin ich schon wieder auf dem Fahrersitz. Ja, er macht nichts. Sag, wenn du ihn hast. Ich krieg gerade ein paar Schüsse ab. Denk dran, die Weste ist hinter uns. Ja. Jeder ist tot. Okay, dann hol die Weste und steig ich um. Achso. Jetzt halte Wind freigesetzt. Hast du? Jo. Okay. Gut. Fahr nur den Typen nicht an. Okay, Party. Header. Der hat noch keinen. Wenn du ein bisschen weiter noch nach rechts lenken könntest, wäre das fantastisch. Danke. Mit Maus geht das echt noch einen Tick besser hier. Ja, ich mach das auch gerade mit der Maus. Triffst du auch wenigstens schnell deinen Kopf. Wo ist denn der? Der steht wahrscheinlich hinter dem Kasten. Der ist voll erwischt. Ja, ich hab gleich Zeit für dich, okay? Ist schon wieder nach oben. Hallo, hat der Hildi Geburtstag oder was? Was? Der Hildi Geburtstag? Nee, ich. Nee, 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 nee. Alex, was hat Geburtstag? Ja. Was? Der ist noch Mitternacht gerade, deswegen hat Medi gerade gesungen. Was ist das? Wir haben schon die 14. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, danke. Alex. Alles Gute. Alles Gute zum Geburtstag. Ach, ihr seid zut. Was hat er alles? Hat er jetzt gesagt, Alex Gute? Alex Gute. Alex. Tsch Tsch Tsch. Alex. Oh, oh, der Chat peipt mich an. Hier, der ist wieder dahinter, hinter dem Kasten. Hau mal eine Granate oder so das Ding, oder? Ups, umgefahren. Wie weit seid ihr? Äh, noch drei Wellen oder so. Zwei. Irgendwie geht das ja mit dem Kuruma nicht schneller, habe ich. Ja, weil wir es halt noch nicht gemacht haben, aber normalerweise, wir könnten hier von durchfaisen. Viel wieder ein bisschen nach rechts, ein bisschen wieder nach rechts, dass ich das sehen kann, danke. Ich fliege euch nicht mal da hinterher. Mach mal. Chat is locked. Hmhm. Bist du ausgestiegen wie da? Nee, ne? Nee. Jetzt sind diese Wichser da oben, ne? 200 Schuss sind schon weg von dem 500, die haben hier geführt. Ey, kennt ihr diese neue Wichs-Werbung? Hier, eigene Website kreieren. Also, W-I-X. Nee. Ey, das ist so krass. Siehst du den oben? Ich steig kurz aus. Ja. Da ist er, der Wichser. Oh. In das Auto. Oh, jetzt habe ich einen Clip aufgenommen, weil ich mich bücken wollte. Okay, da ist tot. Die Nächsten kommen. Steig ein, schnell. Ich bin zwar auf dem Fahrersitz, aber ich will nicht raus. Bist du drin? Ja. Ich stelle mich mal seitwärts. Kannst du was sehen? Ja, den da hinten an der Ecke sehe ich. Du sitzt hinter mir, ne? Ja. Jeden Tag wichsen Millionen Menschen. Wichsen, mein Leben verändert. Wenn meine Freundin eingeschlafen ist, dann wichse ich. Ich liebe es, zu wichsen. Meine Frau hat mich vom Wichsen überzeugt. Sehr geil. Ich wichse nach dem Training. Der Gebot-Frags-Lieb. Wir wichsen meistens gemeinsam. Wichsen ist die Zukunft. Wollen wir mal umsteigen? Okay. Ja, können wir mal. Okay. Ich höre gerade noch mit dem Sniper da weg. Ich höre gerade noch nicht so viel, was? Ich höre gerade noch mit dem Sniper weg. Wichs.com erstelle deine eigene Website. Das ist dann der... Krasse Werbung, oder? Ja. Vor allem das Video, oder? Ich seh'n. Ah, ja, da. Jo, tot. Alter, cool. Komm hier, du fährst wieder. Jo, und schau mal schnell die Rüsi. Ach nein, ich steig schon wieder ein, dann rutscht ich doch eh gleich wieder rüber. Oh, ich voll horse. Raus hier. Ah, siehste, wir sind fertig, jetzt kommt er auch mit. Wie weit seid ihr? Ja, wir sind fertig. Aber dann will ich mich nicht einsteigen lassen. So, ist er drinne? Er ist drinne. Okay. Geht's hier links irgendwo raus. Aber ist das Auto jetzt hier wirklich besser gepanzert als der Wagen vorne? Ja, ja, ist er. Auf jeden Fall. Bist du sicher? Weil der vorne hält... Ich bin gestern eine halbe Stunde auf der Army Base gefahren, ohne dass der auch noch qualmt. Okay. Da kommen wir gar nicht durch, ne? Also... Wieder hinten raus, oder? Ja, ja, genau, stimmt. Das reicht. Ach. Warum kann ich denn keine Actioncam... Ah, jetzt. Du kannst mit dem Heli schon mal in Richtung Flugplatz fliegen. Jop, wir kommen jetzt. Er ist vor mir. Ja, ich muss hier noch mit meinem Jet hin und her. Sind wir nicht von links gekommen, Digga? Oder fährst du ganz außen rum? Ich fahr ganz außen rum. Ich muss halt hier noch mit dem Jet hier spazieren, fliegen. Deswegen brauch ich gleich einen Moment, bis ich da bin, aber... Okay, Leute, wir kommen. Ich muss immer noch mit diesem Jet hier rumfliegen, weil noch wird er nicht abgehangen. Okay, jetzt. Hier können wir auf jeden Fall besser rausschießen als aus dem Transporter. Dann fahrt man noch nicht direkt zu dem Flugplatz, sondern fahrt noch kurz ein bisschen woanders hin, weil ich brauche noch eine Minute, bis ich da bin. Damit nicht die ganzen Cops sich da sammeln. Achso, soll ich schon markieren? Ja, ne? Ja, ich weiß, wo er ist, aber... Trotzdem, dass du eine Markierung hast, egal wo du jetzt sind. Ein bisschen die Cops wegblecken. Ja, wo ist der nochmal hier? Abkommen. Mich? Okay, ihr könnt hin. Ja, komm, fahr hin. Virus, holst du die Autos hinter uns weg? Na ja. Jetzt fliegt mich hin. Oh, das ist ein Helikopter. Okay, das Flugzeug ist noch nicht gelandet. Ja, ich bin dabei, ja. Du, komischerweise ist das Symbol rückwärts. Auf der Karte. Ich kann nicht nach hinten schießen, ne? Ihr Virus, du bist dran. Okay, Jungs, 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 Jungs. Ich komme. Ah, scheiße, Bullenautos da. Wie die Helikopter, die Bullenautos. Okay, komm schnell rein, Jungs, was macht ihr? Können wir? Ja, ja, kommt. Wo, 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 wo. Ich bin drin. Nein. 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 Ja, vorbei. Das Feld ist gestorben. Nein. Das war's. Nein. Das war so gut bis hierhin. Nein. Ja, das ist von vorn. Ja, drückt eben Restart, dann machen wir den Job neu eben fertig, damit wir das Geld kriegen. Restart aber schnell ab. Ja, er ist gestorben, ist tatsächlich so weit. Achso. Scheiße. Scheiße. Okay, ich bin froh, dass ich's nicht war, aber scheiße. Das hatte sich... Äh. Ah. Vielen Dank.